Sie sind hier, 28. Juli 2018, 9 Uhr 3, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Alex Zeker will bei den Canadian Open die Top 10 knacken Urheberrecht, get the images, bei den Canadian Open in Oakville schaffen, gleich zwei deutsche Ding hat. Routinier Alex Zeker schnuppert nach einer starken Runde sogar an den Top 10. Die Münchner Alex Zeker und Stefan Jäger haben, bei den Canadian Open in Oakville den Karten nach der zweiten Runde geschafft. Zeker verbesserte sich auf dem Paar minus 72 Kurs mit einer 67 und insgesamt 136 Schlägen sogar um 32 Plätze auf Rang 15, während Jäger auf Platz 61 mit 140 Schlägen 69 71 exakt das Soll für die beiden Schlussrunden der besten 78 Teilnehmer erfüllte. Bei Halbzeit des 6,2 Millionen Dollar Turniers liegt der US-Amerikaner Kevin Twain mit 131 Schlägen in Führung. Punkt. Sein Vorsprung auf seine Verfolger Kim Mui, Südkorea und Johnson Wagner, USA beträgt jeweils einen Schlag. Punkt. Sein Vorsprung auf seine Verfolger Kim Mui, Südkorea und Johnson Wagner, USA beträgt jeweils einen Schlag.